Wilde Hunde und Hyänen haben einige Gemeinsamkeiten. Sie sind beide stur, tödlich und fressen in der Regel ihre Beute lebendig. Wenn sie diese beiden cleveren Tiere in Aktion sehen möchten, sind sie hier genau richtig. Also lassen sie uns beginnen. Hyäne frisst Flusspferd. Während einer Safari in Afrika haben einige Naturbegeisterte diese Szenen eingefangen, wie ein junges Flusspferd von einigen Hyänen belästigt wird. Das Flusspferd hat es schließlich zurück zu seinen Eltern und in Sicherheit geschafft. Ein sterbendes Flusspferd liegt in einem fast ausgetrockneten Wasserloch, während einige Hyänen beginnen, sich über das massive Tier herzumachen. Flusspferde sind furchterregende Tiere. Daher muss dieses Flusspferd in dem Zustand, in dem es sich befindet, krank oder verletzt sein. Obwohl dieses Flusspferd so aussieht, als würde es einfach nur da liegen und Misshandlungen von dieser Hyäne erdulden, ist es bereits tot, da der Aasfresser ihm eines seiner Augen herausreißt. Dieses geschwächte Flusspferd hat den Lebenswillen aufgegeben und das kommt der Hyäne zugute. Das Flusspferd ist geschlagen, verletzt oder krank und bewegt sich kaum, wenn diese Hyänen hineinbeißen. Irgendwann steht das Tier für einige Sekunden auf, bevor es zu Boden stürzt. Es muss zahlreiche Verletzungen erlitten haben, um nicht aufstehen und weggehen zu können. Wilde Hunde, Essen, Warzenschwein. Wilde Hunde haben kein Mitleid. Diese wilden Hunde zerstückeln dieses arme Warzenschwein bei lebendigem Leib, beißen es aus allen möglichen Winkeln und fressen es bei lebendigem Leibe. Keine Gnade und kein Mitleid ist das Motto des Wildhundes. Sie zerreißen dieses arme Warzenschwein und der Schmerz ist unerträglich, aber die Hunde müssen fressen und das Warzenschwein schmeckt. Wie Sie im Video sehen können, ist der afrikanische Wildhund eine gefährliche Dekoration der Savanne. Das melodische Lachen dieser Tiere und ihre farbenfrohen Muster sind unverkennbar. Huftiere und andere Tiere, einschließlich des Warzenschweins, haben Angst vor wilden Hunden, die der Rudel-Hierarchie folgen. Der Hunger zwingt sie dazu, alles anzugreifen, was sich ihnen in den Weg stellt. Dies war eine bemerkenswerte Beobachtung, bei der man das Teamwork und die Strategie eines Rudels afrikanischer Wildhunde beobachtete, während Zuschauer stundenlang am Abend zuvor und einen Großteil des Morgens auf der Jagd mit dem Rudel verbracht hatten, ohne Erfolg zu haben. Das Rudel stieß dann auf einen mächtigen Warzenkeiler, den sie vorsichtig untersuchten, als sie feststellten, dass sich ein junges Warzenkeiler im Bau befand. Danach entwickelte sich eine geduldige Annäherung im Rahmen des organisierten Chaos, bis die Hunde schließlich ihr Ziel außerhalb des Baus isolierten und es lebendig fraßen. Wilde Hunde fressen einen Kudu lebendig. Kudus sind große Antilopen, die die Blätter verschiedener Pflanzen fressen. Während der Trockenzeit essen sie wilde Wassermelonen und andere Früchte, um Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Der kleine Kudu benötigt weniger Wasserquellen als der große Kudu, aber diese wilden Hunde scheinen sich nicht darum zu kümmern, was der Kudu frisst, denn sie möchten einfach nur den Kudu fressen. Am Ende des Videos kann man die Verletzungen am Hinterteil des Kudus sehen. Wilde Hunde sind Fleischfresser und die Hauptkomponente ihrer Ernährung ist Beute. Dies kann kleine Tiere wie Mäuse, Wühlmäuse, Kaninchen, Vögel, Insekten und so weiter umfassen oder es können größere Beutetiere sein, die mit Hilfe eines Rudels erlegt werden. In jedem Fall fressen sie alles, die inneren Organe, das Fleisch, die Knochen. In diesem Video beobachteten Naturliebhaber, wie ein Rudel wilder Hunde einen männlichen Kudu jagte, während der Kudu versuchte zu fliehen. Der erwachsene Kudu konnte seine Flucht nicht schaffen und wurde das Opfer des Hungers der wilden Hunde. Sehen sie, wie dieses Rudel wilder Hunde vor Safari-Fahrzeugen einen Kudu zerstört. Sie bringen den Kudu zu Boden und beginnen ihn lebendig zu fressen. Es ist unglaublich, wie unerbittlich diese wilden Hunde sind. Wenn sie etwas im Sinn haben, wird nichts es ändern. Wilder Hund frisst Buffalo. Obwohl eine Wasserbüffelmutter versucht, ihr Kalb vor einem hungrigen Rothund zu retten, gelingt es dem Rothund, das Kalb ans Ufer zu ziehen, um es zu töten, unter den Augen der hilflosen Büffelmutter. Die Mutter gibt ihr Bestes, um ihr Kalb zu verteidigen, und diese Gruppe wilder Hunde daran zu hindern, es zu töten. Das Kalb ist bereits verletzt und liegt am Boden. Daher wage ich zu behaupten, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Hunde ihre Beute bekommen und die Mutter aufgibt. Büffel sind starke Tiere, die bekannt dafür sind, sich Löwen zu stellen. Sie sind enorm groß und ein guter Stoß mit einem ihrer Hörner könnte tödlich sein. Wilde Hunde haben wenig Chancen, einen ausgewachsenen Büffel zu besiegen, es sei denn, sie sind auf ein jüngeres Kalb aus. Genau das tun sie in diesem Video. Sie haben das Kalb umzingelt und machen es direkt vor seiner Mutter fertig. Es scheint, als hätte die Mutter aufgehört, ihr Junges zu verteidigen, weil es einfach zu viele Hunde gibt. Nach einem letzten Versuch wird die Mutter schließlich aus dem Bereich vertrieben und die Hunde können in Ruhe fressen. Wenn die Mutter zu diesem Zeitpunkt weiß, was gut für sie ist, sollte sie am besten weglaufen. Das Kalb kann in diesem Stadium nicht mehr gerettet werden. Hyänenangriff auf Seehund. Braune Hyänen, auch als Strandwölfe bezeichnet, sind die seltenste Art in der Hyänenfamilie. Sie sind hauptsächlich Aasfresser, was bedeutet, dass sie normalerweise von Kadavern leben, die von fähigeren Jägern zurückgelassen wurden. Die Strandwölfe an Namibias Skelettküste, wo es keine anderen Raubtiere gibt, sind von Kappelzrobben als Nahrungsquelle abhängig geworden. Sie nehmen vor allem die Jungtiere ins Visier. Zum Teil, weil sie verwundbar und nicht in der Lage sind, sich zu verteidigen, aber auch, weil sie deren Schädel mit einem Biss zerquetschen können, was es ihnen ermöglicht, schnell zu ihrem Bau zurückzukehren, ohne dass es jemand bemerkt. In diesem Video nähern sich zwei braune Hyänen einem kleinen Robbenjungen. Braune Hyänen haben einige der größten Zähne unter allen Fleischfressern. Hitzschlag ist eine häufige Todesursache für Kapppelzrobben und diese Hyäne würde sich freuen, einen frischen Kadaver zu finden. Sie versucht, eines der Robbenbabys vor einigen hungrigen Schakalen zu schnappen und leider haben die viel kleineren Schakale, selbst wenn sie in der Überzahl sind, keine Chance gegen die Aasfresser. Daholes greifen Samba-Hirsch. An diese beiden Rothunde greifen einen Samba-Hirsch in einem Wasserloch an und es sieht nicht so aus, als würde das Tier sehr hart um sein Leben kämpfen. Vielleicht ist es verletzt oder hat einfach keine Energie mehr. Hyänen greifen Genu an eine einzelne Fleckenhyäne tötet und frisst einen ausgewachsenen Gnubullen. Die Hyäne verwendet die übliche Methode, um ihre Beute zu erlegen. Indem sie die Beute immobilisiert, indem sie in die weichen Bereiche der Leistengegend eindringt und dann zu fressen beginnt, während das Tier hilflos zusieht. Viele Menschen verachten Hyänen, weil sie glauben, dass sie lediglich Aasfresser sind, die anderen Tieren das Futter stehlen. Viele Menschen wissen, dass sie ihre eigene Beute jagen, aber sie mögen sie trotzdem nicht wegen ihrer Jagdtechnik. Sie verfügen nicht über die Werkzeuge, die große Katzen haben, daher der Grund dafür. Und sie schaffen es, sich effizient zu ernähren. Diese Fleckenhyänen gehören zu einem der Forschungsklans, die das MSU-Hyänenprojekt im Maasai Mara Reservat seit 1989 das ganze Jahr über überwacht. Man kann sehen, wie sie sich an einem Gnu gütlich tun, während das Tier noch am Leben ist. Aber so sind nun einmal die Hyänen. Überraschenderweise schafft es das Gnu, zu einem gewissen Zeitpunkt aufzustehen und zu fliehen, aber die Hyänen essen einfach weiter, selbst wenn es steht. Dieses Gnu stellt sich den Hyänen und lässt sie wissen, dass es nicht so leicht aufgeben wird. Zehn Sekunden später trifft es St. Peter an den Pforten des Paradieses und bittet um Einlass. Diese beiden Gnus haben ihre Hörner miteinander verkeilt, also nutzen die Hyänen die Situation aus und fressen das Gnu, das auf dem Boden liegt. Da kann man wirklich von einer seltsamen Situation sprechen. Es ist schon schwer genug, Hyänen zu entkommen. Und jetzt müssen diese beiden auch noch aneinander hängen. Wilde Hunde greifen Oryx an, hier ist ein Oryx, der den Löffel abgibt. Das Oryx bleibt am Boden und denkt, es ist besser dran, aber ich denke, es macht die Dinge nur schlimmer. Aber in den gegebenen Umständen gibt es eigentlich kein besser, es ist einfach schlecht oder schlechter. Für wilde Hunde gibt es keine zu große Beute. Bring es einfach heran und sie verschlingen es, genauso wie sie es mit diesem riesigen Oryx tun. Der Oryx ist eine große Antilope und mit ein paar langer, spitzer Hörner ausgestattet. Aber wenn eine Horde Verrückter von allen Seiten an dir zieht, musst du besser ausgestattet sein als das, oder du musst eine rasante Geschwindigkeit haben. Wilde Hunde versuchen, eine Hyäne zu fressen. Hyänen sind der Feind von jedem, und wilde Hunde sind da keine Ausnahme. In diesem Video kämpft diese einzelne Hyäne gegen eine Gruppe wilder Hunde. Es sieht jedoch nicht gut aus, obwohl sie zäher ist als eine Antilope. Wenn die Hunde so weitermachen, wird das Ergebnis dasselbe sein. Die Hyäne sprintet weg, aber die Hunde folgen ihr und setzen ihren Angriff fort. Hyänen stehlen Beute von einem Leoparden und werden dann brutal von einem Rudel wilder Hunde angegriffen. Eine der Hyänen wird isoliert und sucht Schutz unter einem Geländewagen, während der Spurenleser auf dem Spurenlesersitz seine Beine anhebt, damit sie nicht im Weg sind. Diese Hyäne sieht tot aus. Und wenn sie es nicht ist, dann ist sie kaum am Leben. Die Hunde riechen daran und knabbern daran, aber sie greifen es nicht brutal an oder beißen es. Ich denke, sie wissen, dass die Zeit des Tieres gekommen ist, und sie werden es in Frieden sterben lassen. Hyäne frisst Zebra. Diese Hyänen führen bei diesem trächtigen Zebra einen Notkaiserschnitt durch, aber nicht um das Baby zu retten. Tatsächlich geht es darum, es zu essen, bevor sie mit dem Essen der Mutter beginnen. Einige der Eingeweide des Zebras treten aus ihrem Körper aus, während sich die Aasfresser darauf stürzen, um den ungeborenen Fötus zu finden. Dieses arme Fohlen wird von einer einzelnen Hyäne auf der Seite einer unbefestigten Straße erwischt, und obwohl es mit aller Kraft kämpft, kann es sich kaum verteidigen. Die Sache ist in Sekunden von der Hyäne besiegelt, obwohl ein erwachsenes Zebra offenbar helfen möchte. Wilde Hunde. Greifen den Wasserbock an diese Sequenz zeigt den erfolgreichen Jagdangriff eines Rudels von etwa 25 wilden Hunden, die eine weibliche Wasserbock am Jones-Damm im Kruger Nationalpark erlegen. Eine Wasserbock wird in diesem Video von mindestens zehn Wildhunden in Stücke gerissen. Die Hunde beißen und zerreißen jeden Fleischbrocken, den sie erwischen können, um ihren unersättlichen Appetit zu stillen. Die Aktion ist noch beeindruckender, weil wir eine Vogelperspektive haben und den großen Schlitz im Kadaver sehen können, den die Hunde gegraben haben. Wilde Hunde. Essen Hasen. Dieser arme Hase ist keine große Mahlzeit für dieses Rudel wilder Hunde, aber sie werden ihn trotzdem essen. Essen ist im Busch Essen, und das könnte eine Vorspeise sein, oder sie haben vielleicht schon gegessen, und das ist das Dessert. Jedenfalls ist der Hase gekocht, gebraten oder geröstet. Da Hasen so klein sind, sind sie nicht die besten Beute für wilde Hunde, und ein Rudelhunde zu füttern, erfordert mehr als einen kleinen Hasen. Im Moment nehmen die Hunde jedoch, was sie bekommen können. Ein glücklicher Hund schnappt sich den Hasen und weigert sich, ihn mit den anderen zu teilen. Hyäne frisst Topi. Eine Hyäne aus Masai Mara konnte ein neugeborenes Topi-Kalb auf der Savanne ausmachen, und selbst mit den Eltern und ihrem Kalb dort zögerte die Hyäne nicht und ging zum Angriff über. Raubtiere wie Hyänen und Löwen suchen normalerweise nach Beute, die kurz davor ist, Junge zu bekommen, damit sie die Neugeborenen ins Visier nehmen und leicht erlegen können. Dieses Topi bricht sich ein Bein, während es versucht, vor dieser Hyäne zu fliehen. Es ist bereits schwer genug, vor einer Hyäne auf vier Beinen zu entkommen, also stellen sie sich vor, wie schwer es auf drei Beinen sein muss. Und deshalb wird das Tier zum Mittagessen für diese Hyäne. Wir haben die falsche Vorstellung, dass Hyänen nur Aasfresser sind. Das ist nicht korrekt. Hyänen sind ausgezeichnete Jäger. Dieser Wildtier-Enthusiast hat dieses Hyänenpaar über mehr als zwei Stunden verfolgt, bevor sie erfolgreich einen Topi erlegt haben. Hyänen-Angriffslöwe. Dieser erbitterte Kampf zwischen Löwen und Hyänen wurde von einem erfahrenen Ranger auf Kamera festgehalten, während er eine Safari im Kruger Nationalpark in Südafrika leitete. Der mutige Hyänen-Clan rückte an, um die Großkatzen von einem Büffelkadaver zu vertreiben. Und obwohl die Hyänen zahlenmäßig überlegen waren, bedeutete das nicht, dass es leicht werden würde. Denn gegen Löwen ist es nie einfach. Aber die Aasfresser haben diesen Kampf gewonnen. Ein männlicher Löwe griff einen Hyänen-Clan an, der ihn umzingelt hatte. Der Löwe zeigte die Eigenschaften eines furchtlosen männlichen Löwen, obwohl er in der Unterzahl war. Der Hyänen-Clan versuchte, sein Territorium vor dem furchtlosen männlichen Löwen zu verteidigen, verlor aber dabei ein Clan-Mitglied. Einige dieser Jagden waren schlichtweg erstaunlich, aber meine Lieblingsjagd war, als die kleineren Wildhunde diese einsame Hyäne angegriffen und verprügelt haben. Welche war deine Lieblingsjagd? Warum teilen Sie es nicht in den Kommentaren unten mit? Nun, das ist es fürs Erste. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.